kennt ihr das steht morgens auf schaut aus dem fenster denkt euch geil ferien da kann man mal ein bisschen am roller schrauben man kann ein paar videos machen dann seht ihr hier so eine grütze schaut euch an alles gletschnass es ist am stürmen am regnen und wenn man glaubt man sieht gerade ein wenig blauen himmel nein dann zieht von da hinten schon wieder der nächste rotz auf und das ist doch nicht mehr schön wie mache ich dieses video erst um zu zeigen ich bin nicht inaktiv ich bin da ich warte nur darauf dass es schön wird und vor allem wenn ihr irgendwas wissen wollt zum thema roller was ihr vielleicht euch bald macht oder euch nicht traut oder wissen wollt dann schreibt es mir ruhig in die kommentare ich bin offen um sowas zu zeigen beziehungsweise such natürlich selbst noch ideen ich habe noch ein zwei videos die ich auf jeden fall machen werde und auch machen möchte und dazu brauche ich halt besseres man sieht da oben flugzeuge aber mehr und nicht